Hallo, wieder mal ein Neues von der Firma Haydn Securit. Wir zeigen heute von der Backstube Merkel die neue Filiale in Uhlfeld, die wir natürlich mit Bildschirmen unseres Visual Systems und unseren Preisschildern ausgestattet haben. Und schon geht's hinein. Ja, moderner Innenbereich. Schöne große Fenster, Sichtflächen. Und hier haben wir schon den Thekenbereich. Ein großes Display zeigt uns jetzt gerade hier das Frühstück bayerisch-traditionell an. Erstaunt mich jetzt ein bisschen in der fränkischen Backstube, aber das passt natürlich trotzdem. Aha, Lieferanten werden auch ausgeführt. Da haben wir noch einen zweiten Bildschirm. Auf dem wird jetzt gerade zum Beispiel der Brot-Gin beworben. Wir haben noch mal einen Blick auf das Brotregal. Jawohl, da sehen wir also auch die matt-schwarzen Schilder geliefert von der Firma Haydn Securit.